Ja, schön, dass du wieder reinschaust. Also, ich sehe schon, es möchte keiner mitspielen. Maulwurf. Ah, spielen wir mit Maulwurf. Okay, das war Sondly. Ich habe einfach mehr heiße Gedanken. Auf geht's. Hallo, Maulwurf. Lonex, du bist jetzt zu spät. Geht da nicht ein Kabel? Wo fehlt ein Kabel? Ich will auch wieder supporten. Lonex, tut mir leid. Irgendwie, ich habe wirklich lange gewartet. Und ich bin kein geduldiger Mensch. Schade auch, sorry. Vielleicht nächstes. Wen soll ich bannen? Ach, ich bannen sowieso immer den gleichen. Alles gut. Wirklich? Ich kriege sonst ein schlechtes Gewissen. Wir haben nur 7999 Views erreicht. Geil. Ich hoffe, du verlierst dann. War es wenigstens gut so. Es tut mir doch so leid. Ich weiß nicht. Wenn ich jetzt wirklich verliere, dann hast du es heraufbeschworen. So nennt man es. Ja, müsste so gehen. Na, was geht's? Meine Hände sind eiskalt und ich weiß nicht wieso. Weiß nicht. Ja. Teamfleet ist immer eine tolle Sache. Ich muss mein Teamfleet mal eben aktualisieren. Das habe ich nicht gesagt, Blamey. Das kommt nicht von mir. Dann brauchen wir jemanden. Jetzt kommt mir den schönen Spaß. Ich darf nur los, aber... Ich mach dich mal bei lauter Mara hin. Oh! Oh! Ich schrotte alles. Nein! So. Frauen. TS. Oh mein Gott, ich sag immer wieder was. Ja, ich schau mal. Alles. 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 Ich glaube ich einen erstellten Mal. Ich glaube ich kann einen tollen Channel erstellen. So. Habe ich mich jetzt gemutet? Ich weiß nicht ob ich gerade gemutet habe. Habe. Yo habe ich. Heute verwirrt. Mammst du uns einen vor? Ja. Würde ich euch da ein Passwort drauflegen? Tatsächlich schon. Ja das kommt vom Mod. Ich hab keine kommen. Wie sehen wir es heutzutage? Jagiello? Immer diese Soraka der Healbot. Ich hab mir nicht den Schein zu sagen. Nein nein ich spiel Kalista als Support. Sieg mal doch. Du kommst ja nirgends wo neue Dinge rein. Nisa spielt zu laut. Sorry. Aber ich so. Wie bitte das Spiel ist so laut? Dagnisa ich bin impressed dass du sowas sagst. Ich hoffe es ist jetzt besser. Was ist das denn? Wieso. Wieso habe ich denn jetzt keine Rechte das hier zu machen? Mammst du? Hallo Jason wie gehts dir? Oh da können wir ab und wo kommen was statt. Du bist nur hier drin in der Channel Admin. Weil der Anders spielt wahrscheinlich mit der Yasuo Mitte. Moment. Ich geh weiter. Wer das geilste ist. Ich weiß nicht mit dem ich da gerade spiele. Ich hab mich ja im Team gerade gemutet. Wie zu laut. Wären die Leute oder das Spiel? Warte ich war Schluss bei euch. Ja. So besser? Solution? Ja. Pick me Draven. Biss ich lauter. Du willst du renecken, ne? Das ist ja ein cool Spiel. Wenn willst du gegen Dahlia spielen. Lass mich nur kurz überlegen. Ich mag kein Geryn. Olibeer. Jason, du begeisterst mich wirklich. Ich verstehe nicht, wie es dir so gut gehen kann. Also ich wünsche, ich hätte das auch. Ich habe gerade eine ganze Packung davon gegessen. Ja. Ja. Sehr müde. Bist du nervös? Warum bist du nervös? Die haben Irelia überarbeitet, aber doch nur das Bild, oder nicht? Oder haben die auch mehr an Irelia gemacht? Passt der Sound jetzt so weit? Könnt ihr die Jungs genug hören? Könnt ihr mich hören? Könnt ihr das Spiel hören? Vielleicht macht bloß noch schön was zu uns. Man hört dich kaum und den Mitspieler. Okay. Wann? Ich schau mal, ob wir oben in so einem League of Legends-Channel kommen. So. Besser? Ähm. Der neue Skin ist ja schon verboten. Mit dem Friesenkopf. Weil der Kasten immer was gemeint hat. Keine Ahnung. Ich bin ganz schnell mal AFK. Ja. Ich will auch eine rauchen. Immer diese Jungs, die vor allem in Spielen rauchen gehen müssen. Ja. 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 Wow. Ist AFK. Lunex. Wieso gehst du jetzt einfach AFK? Fürs nächste Spiel musst du aber da sein. Ich hab dich jetzt dafür eingetragen. Abo, AFK. Mit mir. Ja. Ja. So. Oh, ich darf dich direkt auch noch supporten. Aha. Äh. Geil. Ich hoffe doch. Wir kommen zurück. Auf geht's. Na, danke. Sehr gerne. Wir haben jetzt zumindest den Pre-Made-Bot. Ja. Das ist schon mal gut. Oder auch nicht. Ja. Wie gesagt, carry das Spiel einfach. Alles klar. Jetzt Soraka. Mach ich da. Mach ich. Kein Problem. Ey, Soraka mit so übel strong, ja. Aber Mausi, wenn jemand sagt mit mir und ich höre diese Stimme, kann ich diese Stimme ja in diesem Moment zuordnen. Also war das ja nicht so dumm. Ja, ich spiele Soraka mit Thunder Lords. Hör auf. Ja. Jetzt geht's wieder ab. Geil. Wir haben Frauen im TS, wir haben Babys im TS, wir haben alles im TS hier heute. Ja, wenn meine Vögel noch zulegen, dann haben wir auch noch Tiere im Team Speak. Hä? Und ne Katze ist auch noch da. Ja, mein Hund fehlt leider. Der wurde zu arg gegankt. Ich hab gegankt. Oh, Jason, sehr gut. Ich werd's nicht wissen, was du mit ganken meinst. Find's das nicht, wenn der Hund immer schreit, wenn jemand an der Tür ist oder sowas oder so rumjault, dann sagt er das dann immer, oh der Hund irgendwie ging. Ach so. Ah stimmt, ich erinnere mich. Wer ist jetzt einmal noch Draven? Das muss ich noch hinkriegen. Ich. Lukas. Lukas. Okay. Bin den Draven. Ja, werd ich wahrscheinlich sowieso am Anfang machen. Ja, ich könnte jetzt eh ein wenig auf der Lehm bleiben mit dem Soraka-Tick. Oh, am I eight? Guck. 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 Gesundheit? Wer ist Draven? Ich. Wer ist das? Das ist Lukas. Haben wir doch gerade gehört. Passt doch ein bisschen auf. Hallo, Konzentration bitte. Ja, ja. Du bist also auch am streamen? Ich bin auch am streamen. Streamt noch jemand? Ja, ich. Ah, schön. Ich bin am Essen. Guten Hunger. Ich bin halt eher semi-erfolgreich. Und mit semi-erfolgreich meine ich halt eher so gar nicht. Ja, ja. Ja, ja. Ich kenne das. Und wie viele Follower hast du schon? 40.000. Ah. Ich? Ich habe 40.000 Follower. Ja, guck. Zweimal 40.000. Einmal fast und einmal gar nicht. Mhm. Es wünscht auf jeden Fall einer Moderatoren wünscht einem auch einen guten Hunger. Und ich möchte... Das ist bestimmt Dark. Richtig! Natürlich ist es Dark. Du bist was du isst. Ich bin ein Lude. Ich mochte die Vasa-Werbung früher immer sehr gerne, tatsächlich. Vasa. Boah, dieser Darius geht mir langsam offen. Äh, pass auf, bis dann Jugendfrei ist. Jugendfrei? Äh, nicht Jugendfrei. Äh, doch. Nee, doch Jugendfrei. Ja, was denn jetzt? Ne, wie ist das jetzt? Ach, keine Ahnung. Ich halte mich auf jeden Fall so wohl. 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 Wüstisch. Ach, warte, hau raus, was du kannst. Oh Gott, ernsthaft? I'm sorry. Ach so. Rot hat kein Flash mehr. Okay, ich bin wieder. Tut mir leid. Macht nichts. Doch, mir schon. Wir haben beide geflasht und die Leona kann ich nicht mehr. Ja, für'n Support-Kill war das noch vielleicht. Auf jeden Fall Werf, jetzt kann er... Wenn wir sie jetzt töten... Wow. Und wenn du jetzt nicht stirbst... Gut. Komme! Salty. Ich bin bekannt. Agnesia ist bekannt. Und danach kommt... Machen wir jetzt noch zwei Tusten und danach Cornflakes. Yeah, Speedbuff. Wie heißt denn dein Stream? Sternenmaskerade. Sternenmaskerade. Also nicht Sternenmaskerade, aber Sternenmaskerade, ne? Ja, 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 ja. Ich bin zwar männlicher Stream, aber ich bin halt nicht ganz geistig zurück. Das hab ich nicht vermutet, nur weil ich denk mir das selber manchmal bei diesem Board deswegen, dass ich die Leute verlose. Nein, nein, ich hab's sogar tatsächlich direkt richtig geschrieben. Geil. Kalm, Isa, glaub mir... Was? Kalm, Isa, glaub mir, ihr werdet die Easy killen. Marvin, die ist ja fast genauer wie du. Geil. Ja, das ist... Geil. Achso, ich dachte jetzt... Was bin ich jetzt? Nein, nein, er meint halt diese Betonung von geil. Achso, ich bin nicht geil, danke dafür. Ja, doch auch. Ich weiß nicht, wie du aussiehst. Ja, musst du in den Stream gucken. Stream. Ja, schick mal Link. Das ist der Fachbegriff. Dann schick mal Link von Stream. Was ist denn das hier? Ja, warte mal richtig. Du, Aros, hast du grad nicht zugehört? Ich geh mal eben warten. Nee, ich war grad in Bossfight, ich war voll vertieft. Ja, klar. Bossfight. 90, ey. Ey, 91. Oh, 91. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Ja, ich geh mal jetzt kommen. So, ich muss jetzt erstmal hier wieder wissen, was hier überhaupt los ist. Oh, ich laufe da auch... Oh, nein! Gut, dass das noch keiner sehen kann, sonst... Wieso steht da ein Pink Ward? Nervt mich jetzt ein bisschen, ne? Was ist das? Ich hab hier irgendwas bekommen. Einen Begleiter. Reani. Wer ist denn... Wer ist das? Warum hab ich den jetzt zweimal? Gargo. Gargo. Keine Ahnung. Ich bann sie alle! Benimm dich! Nimm mal kurz Back. Ja! Ich tanze. Na warte, was? Verlachen. Wobei, ich geh auch mal Back einfach. Möchte nicht alleine auf der Lane sein, nachher verkack ich's noch mehr. Bäm. Nicht mit mir. Halt. Stopp. Jetzt fläme ich. Die Wandfarbe bei dir im Hintergrund. Ist das Petrol? Nein, das ist... Das ist... Es sieht halt so aus wie bei meinem Mutbewohner. Der hat halt eine Wand auch in Petrol. Ne, tatsächlich. Es ist eigentlich eher so ein dunkles Grün. Ach so. Aber durch die Belichtung gerade in der Kamera sieht das schon tatsächlich so aus. Da hast du berechtigt. Sieht aus wie so ne Mentholfarbe. Ja, tatsächlich. Also das Headset, was du hast, hab ich glaube ich auch. Ist das ein GX930? Ja. Ne. Doch. Logitech, ja. Hab ich auch richtig erkannt. Hab ich auch. Ist toll. Ja, ich find's auch. Also... Aber du hast noch so ein richtiges Mikrofon, seh ich. Ja. Das hab ich auch. Was hast du nicht? Richtig professional. Ne, ich hab ja mein komisches... Profesional. Ne, ich hab ja mein komisches... Nur das, 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 was hier, das, was hier ist. Wobei vom Klang ist das ja jetzt auch nicht schlecht. Okay. Ne, also... Ist absolut ausreichend. Ah, bin ich nicht. Aha. Aha. Der Rudi hat das, guck ich auch, ne? Ah ne, du hast das neuere geholt, ne? Ja, ich hab das GX930. Noch richtig die Wiederverwertungskisten zum Aufmachen. Okay, aber im Grunde haben wir jetzt ein Problem. Ich mein, Main ist super. Egal, dann geh ich auch für Mitte. Das ist kein Problem. Ja, entweder oder. Ihm. Außerdem, gibst du ja zwei Rollen an. Okay, jetzt hab ich ja Problem. Abo, Abo. Wer wagt es, dich da ein Wort reinzustellen? Wer wagt es, dich anzusprechen? Aber da willst du mich nicht sehen. Das ist eine 50-10 Chance. Wo sind die anderen 40 Prozent? Tatsächlich sehr seltsam. Aha. Das ist prozentual. Das ist mysteriös. Ja, war es doch. Einfallfakt X. Das ist quasi paranormal. Nein, du blöde Kuh. Ich hasse das. Schade. Wir sind hier nicht bei Minecraft. Das ist nicht aus Minecraft. Das ist aus Diablo 2. Das ist gar nur cool Level. Für Unwissen da. Frank, ich kann dann überlegen wir vielleicht doch mal Diablo 3 zu holen, aber nö. Abo. Ich war mal besser als Uraka. Oh. Yi ist am Drake. Ist hier. Hast du Schuhe. Vorsicht, Leona hinter dir, ne? Ich bin nicht da. Okay, hast du gut gemacht. Vorsicht, Yi. Ja, ich bin tot. Ja, ich krieg dich nicht gegen Gehalt. Ja, passt so. Bitte einfach sterben. Da hörst du Yi's. Der kommt mit Quadruppel 1000 kmh in dein Gesicht gerannt und zerhackt dann alles zu eingeweihten Stücken. Käse. Störung B. Hä? Was schreibt ihr? Die anderen 40 wurden schon gesmited. Ach so. Ich bin nicht mal 7w6. Ich verkack das Spielgaben. Oh, Alvio. Schön, dass du auch da bist. Geht gar nicht. Hat Beine. Dann geht's. You guys are sponsored by the... Ja, mein... Meine... Mein Gott Leitung. Ihr sollt euch Grim Dawn holen. Wird geschrieben. Für die D3... Spieler unter euch. So als D3-Spieler will ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber ich hab das mal gespielt. Ihr sollt euch Grim Dawn holen. Nein, Diablo 2. Holt euch lieber Diablo 2. Leute. Nein, holt euch Enter the Dungeon. Ja. Komm. Geh mal nach Hause mit Gandalf. Geh vorziehen. Guck mal her. Komm doch. Also Alvio, ich würde Syndicate spielen, glaube ich, vorziehen. Aber mir zugucken ist natürlich das Beste. Wollen nicht. Hey, hey, hey. Hab ich jetzt nicht gehört. Was? Ich hab gar nichts zu gesagt. Ja, ja, ist klar. Okay, ich hab Ulti. Schreibt, wenn ihr Hilfe braucht. Hilfe. Es ist ja gut. Ja, das war das alles. Den würde ich übrigens relativ schnell auf Mute setzen. So. Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Was ist hier los mit meiner Garnison? War halt seit fast einem Jahr nicht mehr online in diesem World of Warcraft. Ich bin auch in gar keine Gilde mehr, überraschenderweise. Ich bin auch in gar keine Gilde mehr, überraschenderweise. Ich zauber ein bisschen da jetzt. Jetzt gerade auf Blackrock, aber ich wollte halt nur mal kurz bei meinem Main reingucken. Oh, ich bin doch im Arsch. Ich überlege gerade, ob ich einen neuen Charakter anfangen soll. Sollen wir zusammen einen neuen Charakter anfangen, Dominik? Können wir machen. Wie nein? Hallo? Jo. Hey. Die Range von dem Leben. Jo. Soll wir doch auf einen neuen Server gehen? Jo. 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 bevor wir überhaupt neuen server suchen allianz oder horde das ist dir diesmal überlassen ich bin generell eigentlich immer nur für die ich bin aber ich habe noch nie wirklich allianz gespielt damals wenn man allianz char gemacht um zu sehen das ist ja auf der anderen seite bestimmt alles total anders und die story ändert sich auch total richtig und war dann richtig richtig enttäuscht dass alles genau das gleiche ist nur dass ein bisschen mehr die farbe blau anstatt rot vorkommt das stimmt da ist immer noch der pink ward drin verdammt mir ist halt völlig wurscht also das darfst du dir aussuchen dann bin ich doch glatt mal für die orde ok orde rocks ich bin jetzt so hart beleidigt dass ich mir essen mache alles spielt auf silber das stimmt 60 prozent noch was sie machen kann diese leona geht mir jetzt so auf die eier wow existiert bereits nicht nur dir mir auch obwohl dann wäre isa ja der mann in der beziehung was ja auch doof wäre habe circa fünf minuten braucht um das payday update runterzuladen braucht er fast zwei stunden laut steam muss zu installieren ach viel spaß ja jetzt funktioniert das hier ok ok welchen will zu nehmen ich gebe ich gebe gerade die köste man ist endlich wieder bei mir sucht du dir mal einen riemann aus in der zeit wenn wir in pvp oder an pvp das ist mir relativ scheiß egal oh gott jetzt eskaliert hier alles will oh gott haben wollte ich eigentlich so raka spielen wo kann ich relativ op ist ihm hier erst eigentlich hat's raus normale fit kommt wo ich es auch noch eigentlich jahre und so raka vorziehe hallo keine bösen wörter hey hey ich wollte gerade sagen da können kleine kinder zu holen die lernen gerade was ich habe keine mana ich rauche mich rauchen ich rauche mehr mana oh wie wie oh oh jetzt seid ihr tot okay dann mach ich jetzt mal aus ja alles ist hier oder so bürger peter und juki ah verdammt juki juki nice gemacht nice ja meine lieben birdies juno die sind cool Heißt, magst du Animes? Tatsächlich, als ich Yuki bekommen habe, hatte ich meine absolute Manga-Phase. Also basiert Yuki wahrscheinlich auf Yuki aus Mirai Nikki? Nee, das tatsächlich gar nicht, aber ich mache den Namen Yuki schon immer eigentlich. So, okay. Weil du guckst halt Mirai Nikki. Und egal, wie viele von dieser Serie mitgenommen hast, was einfach in dein Gehirn eingebrannt ist, ist Yuki, Yuki. Das weiß ich nicht, Probe sehr folge, weiß ich nicht, eine Phantasteliaden mal. Ähm, ja, ich sage nur, du guckst zwei Stunden von den acht Stunden, machst du raus ein Trinkspiel und du bist nur eine halbe Stunde dicht. Halbe Stunde? Ja, du bist da schon voll. Zehn Minuten. Zehn Minuten, nee, am Anfang ist das nicht so oft. Nein, ist nicht. Yuki! Ja. Yuki! Ich habe einmal angefangen zu arbeiten und nicht direkt so, kann Ende April anfangen, meine ich. Ja. Blackrock ist ein PvP-Server. Blackrock ist PvP, ja. Du kommst aus dem Ruhrpott. Ja. Echt? Ja. Und ich erst. Gelsenkirchen. Nee! Gelsenkirchen. Ein Nachbar. Gelsenkirchen, die Gelsenkirchen. Gelsenkirchen. Bist du jetzt auch noch Schalker? Wir haben hier am Ruhrpott, da wo die Kinder schon da leben. Ja, natürlich, da wo die Kinder schon da leben, nee. Wir haben hier im Ruhrpott, die meisten eingeschlagenen Fenster, die beste Currywurst und die meisten Arbeitslosen. Was geil, geht's halt für level 36. Ich muss erst mal eben in die Mitte gucken. Okay. Na, schon vorbei. Da chill ich mich. Auf dem Server Garage spielen? Kann mir jemand Auf dem Server Garage ein Word setzen oder so? Surrender 20 Minuten. Warum? Oder Blackmore. Moment mal, wieso wird der eine Garage nicht angezeigt? Die ist nur Gorgonerschön. Du musst unten auf Deutsch gehen. Bin auf Deutsch. Ganz unten ist das. Das Problem ist, ich habe kein Word, Mann. Ach so, warte mal, ich habe die nicht nach Namen sortiert. Man sollte ein Trinkspiel daraus machen, jedes Mal trinken, wenn man in SAO einen Plothole oder ähnliches findet. Mann, wo ist Vincent? Gibt's doch da nicht. Oh, hi. Ich bin Kirito-kun. Ich bin level 1. Oh, ich bin Kirito-kun. Ich bin level 40. Oh, ich bin Kirito-kun. Ich bin OP as fuck, actually. Was in den letzten 39 Leveln passiert ist, geht euch ein verficktes Scheißdreck an. Keine Agent Ward? Ich bin level 40. Ich bin level 40. Ich bin level 40. So, wir können auf Garofos spielen. Wir werden von Ende ja. Ja, ich bin level 40. Ja, ich bin level 40. Ich bin level 40. Ich bin level 40. Oh, Tower bitte! Arbeite doch für mich! Bitte! Einmal! Okay, hast du gerade ein zweites Mal, wäre ganz nice. Dritte Staffel von SHIELD ist... Ja, die dritte Staffel von SHIELD ist mega! Ich finde es auch richtig geil. Das ist dir überlassen jetzt. Also ich lass dir jetzt die Wahl. Ich habe den Tower ausgesucht. Geil wäre halt natürlich irgendwas so, dass wir zu zweit irgendwie auch Indies machen können, ohne dass wir uns da für eine Gruppe suchen müssen. Also so Heal, irgendwas, was auch noch betrinken kann, wäre halt nice. Du meinst sowas wie Mensch und Droide oder sowas? Zum Beispiel. Oder etwa? Todesritter. Ja, Todesritter geht ja nicht. Dann wären wir ja gestorben. Kein Heilhydra in meinem Chat. Kein Heilhydra, Leute. Heilhydra? Ja. Klar. Nein. Ist das nicht Siegheil? Nein. Kannt ihr etwa Agents of SHIELD nicht? Nein. Marvel? Avengers? Ja, aus Avengers kenne ich. Also mit SHIELD habe ich nie geguckt, die Serie. Echt nicht? Oh mein Gott, die ist so fucking awesome. Aber die Avenger fanden ich ganz gut. Wobei ich Iron Man immer noch besser fahre. Oh, ich liebe Iron Man. Beste. Weil Robert Downey Jr. ist einfach ein fliegtes Genie. Ist auch cool, aber ich mach den dritten Teil nicht so wirklich. Ich fand den dritten... Willst du das aufgeben oder ne? Nein! Es werden keine Spiele aufgegeben. Nein, nein, nein. Also ich hätte ja Bock auf einen Paladin. Paladin? Okay. Jetzt nur noch, was willst du spielen? Na ja, bleibt ja nicht viel, ne? Wenn die Radin möchte, dann ist ja nur Tauro oder... Äh, vielleicht hat mir das auch aufgegeben. Was möchtest du denn spielen? Weil... Tobi wird ignoriert. Hallo Tobi! Ich meine auch hauptsächlich von Isa. Was gibt's denn? Hast du was Spannendes geschrieben? Sorry. Hallo Tobi, wie geht's dir, mein Lieber? Druide, oh Gott, habe so lange WoW gespielt. Weiß... So ein Report für Hitler ist raus. Was? Dann mach ich mir ein... Soll ich mir ein Schamane machen? Ja? Mach wie du möchtest. Ich bin im Fokus-Mode, na ja. Nicht so wirklich. Ich im Fokus-Mode wird das Spiel viel besser laufen. Oder ein Droide. Ich werde mir auf jeden Fall einen schwarzen Tauron machen. Und natürlich männlich, weil weibliche Taurons... Lukas, wo bist du? Ach, du bist an der Base. Ich spiel einen Krieger, okay? Oh, oh fuck! Ich spiel einen Krieger, ja. Aber dann muss ich ja Heal-Parler spielen. Das ist ja halt doof. Hä? Ich kann keinen Heiler spielen. Ich weiß nicht, wie Heiler funktionieren. Ich bin eigentlich immer Main-Heiler. Ja, das ist doch gut. Ich bin... Tank. Oder DD. Tanksbooms hat kein Flash mehr, der Fisch. Nein, jetzt ist zu spät. Jetzt stell ihn nicht so an, Tobi. Du bist doch keine Frau. Ich finde nur die englische Stimme von Kursen gewöhnungsbedürftig. Das finde ich... Da gebe ich dir absolut recht. Aber man gewöhnt sich dran. Aber ich finde die anderen dafür viel angenehmer als die Deutschen tatsächlich. Und was ich hasse, ist, dass sie... Mein Chloe... Also... Daisy... in der ersten Staffel irgendwann einen Namen hier Synchron-Switch hatte. Das finde ich echt ätzend. Und irritierend. Okay, dann mach ich mir... Ich mach mir ein Schamane. Ey, die letzte Folge mit Hunter und Bobby. Ich hab... Bobby, ich hab einfach geheult. Wir haben bereits die maximal mögliche Anzahl von Charakteren für diesen Account angelegt. Hast du da schon welche? Willst du mich eigentlich komplett verarschen? Nee, der Account ist voll. Warte mal, muss ich hier eben einen Charakter löschen? Oh, Lunax! Geht's Zeit für Level 2? Oh, Lunax! Was haben wir denn hier? Auf Lordaeron. Das sind bestimmt irgendwelche Kartoffel irgendwo. Maloge! Weil es sind nämlich die Barren machen, ne? Ich bin nur unterwegs mit dem Team. Oh nein. Ohaiohoho gozaimasu. Wie nenn ich den denn? Weiß ich... Das... So ähnlich ist immer der erste Boss bei dem man hinweggen kann. Ja, der Name. Wie nennst du dich? Ich soll mich selten nennen. Wir müssen Bordlein. Ich glaube ich nehme mich, ich gebe dir gleich. Ich gebe dir gleich. Wie Bub. Hey, die sind bei Fickelhine. Mann, darfst du mich. Sorry. Nächstes Game. Durch jeden Tag. Oh Mann, ey. Sie läuft auch so durch die Base. Was? Was? Gold 5? Wer ist Gold 5? Ich habe gesagt, mein Gold mit dem Shark ist alles wieder einfach. Da verliere ich im Schnitt bloß. Du hast doch keinen Gold 5. Ich ruf auf das den, den man dir hochgezogen hat. Das den man dir hochgezogen hat. Oh, nice. Immerhin. Ein bisschen was. Wo bekommt man den Bot? Alter, was macht ihr gerade in meinem Chat, Leute? Was macht ihr dort? Wenn er den kriegt, ist er tot. Wenn er den kriegt, ist er tot. Wenn er den kriegt, ist er tot. Das Spiel. Das dürfen wir verlieren. Ich habe gerade ein Spiel gewonnen, aber es ist mein Aufwärm-Spiel. Oh Gott. Da habe ich was angefangen. Ja. Das ist richtig. Renn, rennt, 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 rennt. Ich bin zu langsam für diese Welt. Ich bin zu langsam für die Welt. Geht ihr zurück, geht ihr zurück, geht ihr zurück. Ja. Ich warde mal hier runter. Oh, da ist ein Masseji. Da ist jemand tot von uns. Da ist immer noch Masseji. Ich bin tot. Der ulter dich und du bist tot. Aber ich glaube, der hat dich davor schon geultert. Zum Glück. Komm, Soraka. Ich kann es nicht gehen, geil. Verdammt. Da ist alles draußen. Da wird Pässe für und sowas. Ey, Sumnupte. Das weiß nur Joker nicht. Wer ist denn Joker? Ja. Warte, 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 warte. Selber schuld. Gott. Egal. XP für mich. So funkt das. Mir egal. Wer im Glas dazu sollte nicht mit Stein werfen. Das wirft aber mit Bots um sich. Nicht mit Stein. Keine CD. Verstehe euch nicht. Aber ist egal. Hauptsache, ihr habt Spaß. Was? 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 Wir sind in Jugendverein, Streamier. Okay, Leute, komm, wir gewinnen das jetzt. Danke. Komm. Okay, tot. Okay, jetzt mach das. Auf den Fiss. Alter. Okay, damit. Ja, der S macht keinen Damage einzig, aber nicht mehr so schnell kill, ist der schon scheißfest. Und der Darius. Ja, der Darius ist einfach so eine verdammte Mauer. Ja. Und dahinter ist... Und unser Support ist gerade Kacka. Ja, komm, Aufwärmspiel. Ja, richtig. Es ist ein Aufwärmspiel. Aber... Ich weiß auch, dass ich es besser könnte, sonst nicht. Ich... Ich... Ich habe den Mail fallen draußen nebenwind. Alter So ein Dreck Verdammte Axt Zwei Spiele zum warm werden Und dann eine 5er Easy win streak Das schaffen wir jetzt auf Ansage Oder wie meinst du Dagnese Ich verzweifle das Kein CDR Nein Aber das Gefühl Ich bin auch mehr tot in der Partie Als alles andere tatsächlich Meistens checken wir Dass wenn die in den Reihen laufen Er sich nicht dagegen hält Ja Also ich weiß Dass das bei mir passiert Das die ganze Zeit Tatsächlich leider Bin jetzt wieder da Wir kommen zurück Apo Du hast dir da gestern mitgespielt Wo der Der Kassadin mitgespielt hat Ich hab gedacht Ich hab gedacht Der Dustin Bringt uns alle um Da haben wir Da haben wir übelst behind Weil der Dustin Das war das Spiel Wo der Dustin gut war Weil der Marvin Hübel sein Fakt hat Ja mit einem Mit einem Nocturum Jungle Ich schicke euch mal Mit einem Nocturum Jungle Das erste Ich schicke euch mal